willkommen zurück zu einer weiteren folge schleichfahrt ist ein bisschen was her seitdem ich aufgenommen habe aber ich will auch gar nicht so lange herumschwafeln und zwar möchte ich gleich starten jetzt lädt ein bisschen von der cd die sounds ich weiß gar nicht was für ziele haben wir schon eben nicht mehr angepackt hier ein paar monate docke an der star of bengalia hört sich einfach an schauen wir mal wie unser schiff aussieht ich glaube wir bin mir gar nicht sicher ob wir die stadt hier noch mal wieder sehen diese schwebende schwimmende stadt jetzt haben wir wieder den kleinen soundfehler der hoffentlich abklingt und nicht stärker wird wir haben 1810 wie teuer ist der denn hier ein bisschen zu teuer ich kenne die steuerung gar nicht mehr verdammt find mal woraus ich habe volle volles rohr glaube ich so ja verdammtes sound fehler ach der geht bestimmt weg hoffen wir mal äh star of bengalia ja dann muss ich noch mal hier einen kleinen cut machen so was hasse ich äh ich hasse nichts ich mag es nur nicht also dann äh in bisschen einer sekunde da sind wir wieder und es hört sich besser an ja doch auf in den mannschaftsraum jalla rangoon was hast du zu sagen salam emmelflint bist du bereit meisse oder ähm nein noch nicht doch ich bin bereit ok dann mal los schau dir aber vorher im datenkanal das beben mal an ok schauen wir mal an alle tv-kanäle alle e-zeitungen sprechen nur noch von einem thema im gewaltigen seebeben im gebiet des makari rückens im südlichen indischen ozean erste meldungen berichten von über 1000 toten der sprungstern wurde völlig zerstört was eine rasche hilfe unmöglich macht was aber das seltsamste ist weder die ausgeklügelten vorwarnsysteme konnten die katastrophe vorhersagen noch gab es die typischen nachbeben manche skandalsender berichten sogar dass seltsame objekte gesichtet wurden die nur und ausschließlich von der erdoberfläche kommen könnten und die die ganze station mit einer riesenbombe zerstört hätten lachhafte mythen ich glaube an diesen mist nicht die oberfläche ist tot und dort wird nie mehr etwas lebendiges zu uns herabkommen und wir werden nie wieder dort hochgehen das hört sich schon nicht so gut an fremde schiffe die keiner kennt was sagst du jalla ich werde nervös flint ist mir zu ruhig da draußen ich kenne diese ruhe ich habe sie auf vielen schlachtfeldern erlebt genau das ist es die ruhe der gräber wir werden viele tote finden in den ayanta stationen ja aber da ist noch etwas anderes am besten du fährst mal eine runde patrouille ei würde ich würde mich nicht wundern wenn da draußen plünderer unterwegs wären mich auch nicht unseren hilfsgütern darf nichts passieren alles klar patrouille fahren also er scheint wohl an diese fremden schiffe zu glauben ob die jetzt von der erdoberfläche kommen oder nicht wird sich zeigen wenn es sie denn gibt auf zum u-boot es ist merkwürdig ruhig da draußen um kein risiko einzugehen wegen der zu erwartenden plünderer aber auch wegen der gerüchte von schwarzen booten sollst du und ein begleiter patrouille fahren ihr werdet dazu nacheinander verschiedene nav punkte anfahren zuerst geht es nach nav b aha und er kriegt nav a oder wie ich will nav a haben mal eben die katze hier rein lassen die nerven auch auf geht's wie geht das nochmal hier achso äh sonar bereit alles klar nav b wo ist denn nav b da fahren wir doch mal hin fahrer zuerst nach b ja alles klar ich fahr da hin also das ist mein begleiter anscheinend ich hab den ich hab äh in der aufnahme den äh spielsound runter gedreht ich hoffe so kann man mich äh besser verstehen wir haben hier merkwürdige beortung navigationspunkt erreicht fahrer mal dahin seht euch das mal an boah mal gucken hier ziel erfasst du bist dran du bist paralysiert warum scheiße ziel identifiziert was hat er für ein biest hinterher ziel verloren warte wie schnell ist das ok leute berichtet später ja das war also eins dieser ich werde mir mal den anarchon ansehen ja dann hau mal rein da hau 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 schaltungen aufwerth hau identifiziert scheiße wie geht der nochmal aa ich werde getroffen ich werde getroffen oh scheiße, bin ich verschädigt Zack, du bist tot So geht er Ich hab keinen Buzzer mehr, scheiße Nein, der trefft mich von links Nein, von den Stiel So, nächster Ziel erfasst Ach, scheiße Nächster Fall Achtung, Ziel erfasst Ziel identifiziert Ach, scheiße, der bricht mich Nein, 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 nein Ah, hab ich ein Glück Ist dran, oder? Stimmt doch mal Der ist genau über mir, der Penner. Ich darf dem auf keinen Fall die linke Seite zeigen. Jetzt. Stirb. So, wie geht das nochmal mit dem Turm, mit der Turmunterstützung? Das will ich jetzt wissen. Ah, ja, ja, schön. So, was sagt der? Wir werden angegriffen, kommen sofort zurück nach NAF A. So, wo ist NAF A? Hinter mir. Ach, scheiße. Schneller. Schneller. Ich kann noch so gut wie keinen Kampf mehr überstehen. 18% auf der Seite, das ist nichts. Was noch? Das ist ja noch ein Kilometer weg. Mein Kollege kreist immer noch da um NAF C oder was? So, noch 500 Meter. Ich habe auch noch kein Torpedo eingesetzt. Könnte ich auch mal machen. Wenn uns denn was Schlimmes erwartet. Ziel erfasst. Ziel identifiziert. Stirb. Navigationspunkt erreicht. Ziel erfasst. Aufschaltung beortet. Jetzt stirb. Ah. Yes. Ziel zerstört. So, jetzt nach links wieder zurück. Wo sind die nächsten? Wir haben noch keine Chance. Ziel zerstört. Weggeballert. Zwei Angrafer sind in Richtung D geflogen. Geflohen. So. Die packe ich mir, du. Wie wechsle ich denn nochmal hier? Ah, den will ich haben. Torpedo bereit. Ich wollte schon Tab drücken, aber ist mir eingefallen. Oh, scheiße. Damit schieße ich es denn ab. Da. Nee, den anderen. Der ist auch böse. Oh, scheiße. Ball nahm ich weg. Nein, 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 nein. Oh, vor mir. Oh, okay. Ich habe irgendwann zerstört. Das war schon mal was. Ziel zerstört. So. Ich sage nicht, ich muss da noch mehr gepumpt machen. Weil, wenn da so ein Torpedo-Turm oder so ist, habe ich keine Lust. Und da. Navigationspunkt erreicht. Panzer. Ziel verloren. Ja, Ziel verloren, ja. Ich glaube, ich werde mal ein bisschen langsamer. Scheiße. Jetzt kommt er so weit. Torpedo bereit. Kann man nicht irgendwie Daten von dem Torpedo... Ziel erfasst. Das wäre doch mal was. Ich bin mir nicht sicher. Der ist 242 Meter entfernt. Und mein Big Bang, der... ...hatet nicht so mit Geschwindigkeit. Vielleicht, wenn ich mich von oben anschleiche. Das machen wir doch mal. Die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Heißt ja nicht umsonst Schleichfahrt, ne? Ich bin zwar laut, aber... Ich bin zwar laut, aber... ...sehend tut er mich, glaube ich, ne. So, 108 Meter. Ein bisschen können wir noch. Aber wir drehen gerade einen Kreis um den. Wir drehen gerade einen Kreis um den. Schließen wir den Kreis ein bisschen. Hier ist kaputt gemacht. Kann keiner was dran machen. Auch der Panzer da unten nicht. So, jetzt kommen wir zur Kante. Weiter dürfen wir nicht. Und jetzt schieße ich den so ab. Damit er die Kante nicht trifft. Torpedo bereit. Triff! Ja, ja! Ziel erfasst. Ja, ja! Ja, ja! Komm! Ja! Das ist doch schon mal ein... Ziel zerstört. Das war halt... Er hat versucht mit drei Torpedos den noch klein zu machen. Ziel erfasst. Ziel verloren. Jetzt noch den Panzer. Torpedo bereit. Zwei Panzer? Ziel erfasst. Gucken, ob der trifft. Torpedo bereit. Ziel erfasst. Ja, er sieht schlecht aus. Hm. Was hat er gesagt? Treib ihnen das Plündern aus. Ja, hab ich da gemacht. Ziel erfasst. Ziel zerstört. So. Hätte ich auch vorher machen können. Ziel erfasst. Hm, bisschen näher vielleicht. Big Bang könnte die knacken. Oh, da kommen sie in Sichtfeld. Das ist schon mal was. Aufschaltung oder Aufschlitz? Oh, sch***. Weg. Naja, ich hab den immerhin schon ein bisschen was abgezogen. Stierk! Torpedo bereit. Ziel erfasst. Ne, ich glaub, der hat nicht funktioniert. Torpedo bereit. Aufschaltung beachtet. Ziel erfasst. Ziel zerstört. Das war schon mal was. Jetzt fehlt noch einer. Aufschaltung beachtet. Ziel erfasst. Ziel erfasst. Ziel erfasst. Ahhhh. Schnell weg. Den jagen wir. Ziel verloren. Den jagen wir ein Big Bang rein. Wenn wir an den vorbei rauschen. Ne, den mach ich so plass. Aufschaltung beachtet. Ziel erfasst. Ziel verstört. Ziel erfasst. Wir haben gewonnen. Mir geht das nochmal alt. Alt A. Sieg. Achso, Filmchen. Als es direkt über uns war, hörten wir nichts, außer einem mächtigen Vibrieren. Unsere gesamte Elektronik wurde stillgelegt, als wären wir in das Innere eines berggroßen Magneten gefahren. Hung Lung hatte von dem Bösen aus den Tiefen gesprochen. Mir wurde klar, dass sie das hier damit gemeint haben musste. Denn es war nichts, was ich je gesehen hatte. Es war etwas völlig Fremdes. Und es war sicherlich nicht gekommen, um das Evangelium des Friedens zu verkünden. Das kannst du wohl laut sagen. Die wollen bestimmt nichts Gutes. So, wir gucken jetzt nochmal, was Yala sagt. Flint, das war eines der rätselhaften schwarzen Boote. Wir können noch nicht einmal raus und es untersuchen. All Captain Ragun. Das Ding ist riesig. Und es hat unsere ganze Elektronik lahmgelegt. Es scheint über eine Art elektromagnetische Schockwaffe zu verfügen. Vielleicht ist es aber auch nur sein enorm starkes Energiefeld. Wenigstens hat es uns nicht angegriffen. Die Elektronik funktioniert wieder. Wir sind da. Der Macquarie-Rücken. Die Stationen sehen ganz schön mitgenommen aus. Soll ich gleich mit einer Eskorte für den Transport von Versorgungsgütern weitermachen? Ja, du bewirbst eine Lieferung mit flüssigem Atemmaß für die Stationen Allianta 1 und 2. Aber deine wichtigste Aufgabe ist Abwehr von Angriffen der schwarzen Boote. Also sollen sie nur kommen. Und ich kann sauer werden. Kannst du mal sägen. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ciao.